Was geht Leute, mein Name ist Arnold Pox und es geht weiter mit dem Versagen in Elden Ring Folge 15. Keine Ahnung, gefühlt oder eigentlich tatsächlich 80 mal schon gestorben innerhalb von den 15 Folgen. Ja, man hat mir gesagt, Elden Ring wird schwer, aber so schwer? Wir stehen vor dem Endboss und ich hab immer noch keine Ahnung, welches Bild ich eigentlich starte. Finde ich irgendwann mal die Erleuchtung? Wir schauen rein. Let's fucking do this. Oh, gerade wieder eine Flask benutzt. Warum benutze ich eine Flask? Komm Dori, gönn dir ein Eis. Ein Eis schadet nicht, gerade bei diesen Temperaturen. Oh, was ist jetzt los? Entschuldige mich. Ich habe dich testet, um zu sehen, ob oder nicht Grace wirklich dich guidet. Scheinbar nicht. So, können wir direkt da hingehen. Wahrscheinlich, weil es zu schwer ist, oder? Ich habe es mit der Galle bzw. Gallenstelle und traue mich nicht so richtig. Achso. Hm. Ich glaube, du könntest Sobe-Eis essen, also Eis ohne Milch. Also Fruchteis, reines Fruchteis, was weniger Zucker hat. Das sollte eigentlich dann unbescheidig... Es kommt auf die Maße an. Auf die Maße? Also auf die Menge an. Uh, ja, spannend. Okay, ja gut, dann gehen wir da hin. Das scheint nicht zu viel. Vor allem kein Milcheis. Zu viel Milcheis, da ist einfach nur viel Zucker drin. Das wird, glaube ich, gar nicht so gut. In der Tafelrunde Fässer versammeln sich Befleckte, die der führenden Hand der Gnade folgen. Ein uraltes Friedenspakt untersagt sämtliche Kämpfe an diesem Ort. Muss mal rumprobieren, was ich vertrage. Genau. Versuch's mal mit Sobe-Eis. Untersagt sämtliche Kämpfe an diesem Ort. Das Symbol der Tafelrunde Fässer zeigt, dass dieser Frieden noch hält. Tafelrunde Fässer befinden sich außerhalb dieser Welt. Sie kann nur durch Schnellreisen über Orte der Gnade erreicht werden. Lol. Ich muss Escape-Taste... Ah, ne, okay, Start drücken. Ich hab Urlaub. Zwei Wochen Urlaub. Deswegen um die Uhrzeit mal. Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new Tarnist made their way to the round table. Very well. As your senior. I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Okay, was kann ich jetzt hier? Was kann der? Ah, hello. You must be new here. I'm... Well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way... Have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant. But fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her... Please be sure to tell me. Okay. Kann ich hier oben was machen? Da ist eine Nachricht. Ah, Ruine. Oh, I see you've just arrived. Welcome to the round table hold. I'm Corin. A man of the cloth. I teach Incantations. The strength grant... hat so fängt ein großes Paket mit Spielgeld. Kann man das bei Ebay verkaufen? Hat so erhält 23 Fox Points. Das ist schön und wünsch dir. Vielen Dank, Duri. Wann hast du das nächste Mal wieder Urlaub? By the way, do you still see it? The guidance of Grace. He's a nix. Well, that is unfortunate. But no cause for despair. It's likely a temporary condition, I'm told. For whatever reason it happens from time to time. Just keep your chin up and stay the path. I pray the great guidance of Grace returns to you. Okay, toll. Aber was kann ich jetzt hier? Hier kann ich reden mit Leuten oder so? Das war ein paar Verbrannter. Ah, ich habe eine Geste bekommen, okay. Ich bin krankgeschrieben, fast wie Urlaub. Dann wünsche ich dir gute Besserung. Und ich hoffe, dir geht es bald wieder besser. Das sind Willingsjungfernhüllen. Hier sind Waffen. Halt, stopp! Wo sind meine Runen? Oh, die Runen sind ja immer noch dort beim Endboss. Runenbogen. Gewährt bei Verwendung den Sägen einer ausgerüsteten großen Rune. Er bittet bei Invasion die Hilfe eines Jägers. Antwortet auf einen Hilferuf von Jägern. Boah, ich beleg das alles noch nicht. Also hier kann man auf jeden Fall irgendwas kaufen. Aber wirklich hilfreich ist das hier noch nicht. Was haben wir hier noch? Bestimmt hier sind noch mehr Sachen. Okay, angreifen kann ich hier auch nicht. Wir haben hier einen Schmied. Und hier, die kann bestimmt auch was. Grüezi, große Champion, genannt worden von Grace. Ich bin Fia. Die Umstände haben mich auf dem Rundtabler gehalten. große Champion. Willst du mich, dich zu halten? Aber kurz. Was will die mich halten? Ich kann mit mir ein paar von deinen leiblichen Vigoren und deine Stout-Heart-Nesse. Das tun das, wird mir die Wärmung eines Championen geben. Und du, ich bin sicher, wirst ein Bouldekins-Blessing beheben. Du glaubst, es ist vielleicht vulgar, vielleicht? Woher komme ich von? Es ist ein schäferes Akt. Okay, ja, dann, dann, heilt er mich? Ah, meine Dank, große Champion. Was passiert hier? Oh Gott. Das ist nur Umarmung. Segen des Firmaments. Was you felt light up inside you was a Bouldekins-Blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me. Should you require another? I will take you in my arms as often as you need. Oh Gott. Man kann sich bei ihr Umarmung so erholen. Das ist aber nett. Was könnten wir in real life gebrauchen? Was ist so ein Ort, wo man sich umarmen lassen darf, kann? Was haben wir jetzt bekommen? Ähm. Irgendein Segen. Was hier? Nee. Verbraucht, äh, FP. Erhöht kurz das Gleichgewicht. Aber kurz nur. Nur kurz. Und kurz ist nicht gut. So, was kann der schmieden? Okay, man kann bei ihm Waffe verstärken. Duplizieren, verkaufen. Mit den Ketten. Okay. Und warum ist er gefangen? Okay. Hat er was zum Kaufen? Er hat eine... Ich kann hier Sachen verstärken. Auch natürlich Runen. Kriegsasche. Aber da ist ja schon das Sturm-Ding. Ich kann hier duplizieren. Aber verlorene Kriegsasche brauche ich. Und verkaufen. Aber dann... Ja, wir haben wieder einiges an Zeug, was wir verkaufen können. Eine bringt 200. Das ist eigentlich auch geil. Anstatt die zu nutzen, verkaufe ich sie einfach. Macht auch Sinn. Hier die ganzen duplizierten Schwerter, die ich habe. Wird die Resistenz gegen Feuer... Nee, behalten wir von mir aus. Nimmt ja kein Gewicht weg. Nur wenn ich es trage. Soll man nochmal die Waffen verstärken? Ich denke mal schon. So, mir fehlen Schmiedesteine. Okay, aber ein bisschen verstärkt haben wir. Bin mir nicht so sicher, ob das... Ich hier irgendwas finde, was mir helft. Aber wahrscheinlich... Es hat ja schon alles einen Grund, dass ich hier bin. Allgemein, dieses Spiel hat alles einen Grund. Deswegen einfach mal gucken. Hier geht es irgendwie raus. Dürfen nicht. Darf da nicht rein. Okay. Dann halt nicht. Warum kann man mit Dual Wheel nicht blocken? Das wäre so nice, wenn man mit Dual Wheel blocken könnte. Könnte ich einfach runterspringen. Oh, oh. Viele Blutflecken. Ich glaube... Oh, hier hätte ich glaube ich nicht sein sollen. Invasion? Rasender Aberich. Oh, der verbeugt sich vor mir. Ausweichen. Das kann ja nicht gut gehen. Was habe ich mir dabei gedacht? Oh Gott. Oh Gott. Das konnte ja nicht gut gehen. Na gut. Also ich muss ja irgendwie an den Endboss vorbei. Bringt mir ja nix. Und weil hier wahrscheinlich einfach meine... meine ganzen... äh... ähm... Brunen. Aua. Fängt ja schon mal gut an, ey. Aber jemand hat schon mal die Wölfe können wir holen. Ich weich viel zu spät aus. Oh, oh. Oh, oh shit. Immerhin habe ich Wölfe. Jetzt aber nicht mehr. Oh shit. Oh. Komm, gib mir wieder meine Einhandschwert. Ich muss blocken lernen. Also doch wahrscheinlich blocken. Aber man kann halt nicht alles obblocken. Ah shit. Oh. Immerhin die Hälfte an Schaden haben wir gemacht. Okay. Deutlich brauche ich wahrscheinlich. Aber viel zu wenig Energie glaube ich. Also nochmal. Oh, falsche Tasse. Invasionen sind übrigens andere Spiele. Ah, okay. Das habe ich mir schon gedacht. Kann man ausschalten? Könnte man, ja. Falscher Sprung. Aua, 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 aua. Uh. Hat er mich? Oh, der hat mich. Holy moly, ey. Ich habe das Gefühl, mit einer Hand habe ich ein bisschen mehr Chancen. Bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ah, falsche Tasse. Ah shit. Oh shit. Uuuuh. Uuuuh. Okay, oh. Wie war der Plan heute bis 24 Uhr in den Ring? Kein Bock mehr, ey. Okay. 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 Oh shit. Okay. Okay. Ich sehe halt auch nichts. Das ist viel zu viel Kladderadatsch hier. Ja, und ist ja klar, da macht er jetzt gerade seine Attacke. Warum weiche ich nicht aus? Oh. Es gibt zwar nichts zu holen, aber immerhin. Ich muss ran. Ach. Ich versuche es wieder mit Maustastatur. Ich muss ja irgendeinen Weg finden, besser zu werden. Was ist denn mein Dreck? Okay. Wie waren die Tasten nochmal? Okay. Hier E und dann. Okay. Okay. Oh. 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 Ah! Nein! Ich hab meine Taste weg! Weggeschlagen! Ah! Meine Stärkungstaste ist weggeflogen. Ich hab ein Gefühl mit der... Ich hab ne bessere Kontrolle mit Tastatur. Wenn ich... Nevermind. So, er hat jetzt die... Keine Ahnung. Ich bin verzweifelt. Ah! Falsch! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das kann doch nicht gut werden. Warte, Tastatursteuerung. Das ist Dual-Wheeled. Okay. 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 Nicht weg! Hüpfen! Angreifen! Okay. Oh! Und dann... Oh! 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 Ich will gar nicht dran denken, dass ich eigentlich ganz viele Runen jetzt eigentlich schon verschwendet habe. Oh, was war das? Nicht so gering! Shit! Aaaaaah! Irgendwas, irgendwas Gutes habe ich da gerade erwischt. Ich bin mir nur nicht sicher. Irgendwas war da ganz gut. Gut ausgewichen auf jeden Fall, denke ich mal, so semi-bisschen. Oh, trekt! Ah! Oh ja, genau! Oh ja! Stich, 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 stich! Hasse ich. Hasse ich einfach. Wie viel? 90 Kills! Oh ja! Gleich den ersten Hit! Und ich sage, irgendetwas. Doch, ich bin Herr Müller. Ich bin Herr Müller. Ich bin Herr Müller. Die는 sie soいい, ich bin ich bin. Ich bin Herr Müller. Zum Kratzen ey Dieses Aufladen von dem regt mich auf Ja komm Wie oft noch Ah die Wölfe geht mir nicht auf den Sack hier Ich bin doch ausgewichen Oh ja genau Wie Wie geht es nochmal Oh man wie geht die Steuerung Nimm es auf zwei Hände War doch eh Nein eh war es nicht Boah ich hasse dich Jedes Mal vergesse ich es Versuchen wir es so nochmal Und blocken Und blocken Ah, ich hasse es. Ich hasse es so dermaßen. Kann doch nicht sein, dass es so kackschwer ist. Ich scharbe dich jetzt. Nein, blocken ist es auch nicht. Nein, nimm das, nimm das andere Schwert. Hallo? Warum nimmst du nicht das andere Schwert? Nimm es! Nimm es! Nein, das war schlecht. Okay, ging noch, ging noch. Ah! Oh, ja, genau. Ein Jut und ein Daul. Oh, komm. Das wird ein langer Abend, du sagst es. Oh, ja. Heute Taste, glaube ich. Konzentration, ja, ja. Aber vor 100 Versuchen musst du an eine Pause erst gar nicht denken. Konzentration. Das ist die ganze Folge jetzt. Komplett fail wieder. Gleich mit dem Bär. Stell dir mal vor, ich hatte die Wölfe nicht. Ausreichen. 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 Was? Jetzt schon? Das ist so... Maßlos übertrieben ein bisschen. Da macht er eine Attacke und gleich down. Ich brauche mehr Energie. Definitiv mehr Energie. Ja, komm. Und... Ja. Das war's. OG Просто ziehen. oder ich muss farmen ich muss ganz viele runen farmen und erstmal richtig meine meine lp hochballern das kann doch nicht sein ein hit tot das ist ein fucking endboss bei dem muss ich durch das ist das ist Das war's. Das war's. Das war's. K.O. Ne. End new episode. End new fucking episode. End new episode. Boah, ich verzweifle hier. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das kann doch... Irgendwas mache ich falsch. Habe ich zu wenig Energie? Ich habe meine ganze Energie in Konstitution rausgeballert. Damit ich mehr Ausdauer habe. Brauche ich so viel Ausdauer? Nein. Ging mir ums Ausweichen? Ja. Aber trotzdem brauche ich mehr Energie. Ich glaube, ich bin einfach noch an dem Punkt. Das regt mich so auf. Dieses Spiel regt mich so auf. Dieser Endboss regt mich auf. Das ist ein Endboss. Da muss ich durch. Den kann ich nicht sagen. Ja, den muss ich jetzt nicht machen. Den muss... Verdammt nochmal. Ich muss, glaube ich, ein bisschen farmen. Und das werden wir jetzt bei der nächsten Folge machen. Einfach, wir gehen jetzt nochmal komplett... die ganze Karte durch. Sammeln ganz viele Runen und ballern das ganz viel in mindestens 20 Punkte. Also insgesamt 20 Punkte in Gesundheit, in Kraft. Dann muss es funktionieren. Dann muss es verdammt nochmal funktionieren. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Henry Fox verzweifelt. God's out. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox. Und dann lasst ein Like da und abonniert den Fox. Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox. Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox. Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox. Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox. Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox. Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox. Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox. Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox. Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox. Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox. Vielen Dank.